»Deine Angst riecht köstlich.« Eine Gestalt, von Kopf bis Fuß in dunkle Kleidung gehüllt, trat neben dem Haus hervor. Das Rot seiner Iriden verriet mir alles, was ich wissen musste. Ein Vampir, genau wie meine Schwester Ronny. Aber das war es nicht, was mir Angst bereitete. Ronny war gut, genau wie ihr Mann und ihre Schwägerin. Aber sie hatten mich über das größte Warnsignal bei der Begegnung mit einem Vampir informiert. Wenn ein Vampir auch bei größter Hitze und vor allem nachts von Kopf bis Fuß mit Kleidung bedeckt war, bedeutete das, dass er seine Menschlichkeit verloren hatte und seine Haut nicht mal mehr Mondlicht vertrug, ohne dass er das Gefühl hatte, bei lebendigem Leib zu verbrennen. Blankes Entsetzen durchströnte mich, und ich erstarrte. Wenn ich nicht in das verdammte Auto stieg, würde ich das hier nicht lebend überstehen. Ich zwang meine Beine, sich zu bewegen, und rannte zur Fahrerseite. Der Entriegelungsknopf des Schlüssels funktionierte nicht mehr. Also versuchte ich, den Schlüssel ins Schloss zu stecken, aber wieder ließ ich ihn fallen. Verdammt noch mal! Etwas verschwamm in meinem Blickfeld, und plötzlich stand ein über 1,80 Meter großer Mann hinter dem Auto. Er verzog den Mund zu einem finsteren Grinsen, während er mich beobachtete und zischte. Ich liebe es, wenn Sie so verängstigt sind. Oh, verdammt, nein! Ich versuchte erneut, den Schlüssel ins Schloss zu schieben, aber zerkratzte dabei lediglich den Lack. Vielleicht bestand meine beste Chance darin, zu rennen. Ich drehte mich auf dem Absatz um und bewegte meine Beine so schnell wie möglich. Meine Handtasche fiel in meine Ellenbeuge und klatschte gegen mein Bein, wodurch ich langsamer wurde. Ich warf sie weg und schwang meine Arme noch schneller. Als ich das Ausmaß der Situation begriff, gefror mein Blut in meinen Adern. Ich war ein Mensch und er ein Vampir. Ich konnte nicht vor ihm fliehen, aber ich würde nicht aufgeben. Nicht, dass ich mein Leben so sehr schätze, aber ich wusste, was mein Tod für Elisa und Ronny bedeuten würde. Ich liebte die beiden genug, um für den Rest meines Lebens unglücklich zu sein. Als der Mann 1,5 Meter vor mir auftauchte, blieb ich stehen. Meine Lunge hatte Mühe, mich mit Luft zu versorgen. Er legte den Kopf schief und leckte seine Lippen in Erwartung einer Mahlzeit. Ich änderte die Richtung und ging zurück zum Auto. Dieses Arschloch war schneller als ich, und ich hatte für einen Moment den Verstand verloren, weil ich geglaubt hatte, ich könnte zu Fuß entkommen. Ich musste fahren. Als ich die 10 Meter zum Camry zurücklief, bemerkte ich, dass alle Häuser in der Nähe des Wohnheims dunkel waren. Die Chance, dass mich jemand draußen entdeckte, war gering. Mein Puls raste und schwarze Flecken erschienen in meinem Blickfeld. Zum ersten Mal verstand ich, wie es sich anfühlte, wirklich allein zu sein. Ich versuchte, meinen Atem zu beruhigen und umklammerte die Schlüssel in meiner Hand fester. Ich bereitete mich darauf vor, erneut zu versuchen, die Tür zu öffnen oder die Schlüssel gegebenenfalls als Waffe zu benutzen. Meine Lunge schien wieder zu arbeiten, und ich öffnete den Mund, um zu schreien, als eine Hand darüber glitt. Der Vampir legte einen Arm um meine Taille und zerrte mich nach hinten an seine Brust. Seine Hände waren so kühl, dass ich sie...